Hallo ihr Texaner und hier geht es jetzt um ein ganz besonderes Video, nämlich meine Lieben, ich habe einen Zweitkanal und der heißt Tristan der Zweite Lord. Ja, was willst du sagen? Und der ist Tristan der Zweite Lord und ihr könnt bitte, also der existiert mindestens ein Jahr, obwohl ich glaube der könnte sogar länger existieren als dieser Kanal den ich jetzt habe, den 5 Abonnenten, also falls ihr euch für die Sachen, also da wird nicht gern so viel Aktivvideos kommen, wie ihr auf dem Kanal, da habe ich seit 9 Monaten glaube ich nicht mehr hochgeladen, aber da wird jetzt auf jeden Fall was kommen, das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, was da kommen werdet, geht da hin, aktiviert die Glocke, abonniert und vielleicht, also der Content, der jetzt da drauf ist, der wird euch nicht so gefallen, das ist nicht so das, was ich jetzt mache, aber da sind halt irgendwie 4 Videos oder so drauf und das war halt ein bisschen was anderes, aber falls es euch gefällt, schaut gern mal rüber.